Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Verteidigungsreichen Folge Battlefield 1 Online Endlich geht's wieder weiter Noch ein paar Tage Pause Mann Ich hab echt manchmal das Gefühl, dass Battlefield viel, viel eigentlich entspannter sein kann als Call of Duty Aber das ist nur ein Gefühl Das heißt jetzt aber nicht, dass es gleich stimmt Auch wenn, na gut Vielleicht hat Call of Duty die besten Stories, außer jetzt derzeit ist Battlefield irgendwie Derzeit irgendwie das Spiel, was mit dem besten Story zu tun hat Finde ich irgendwie Battlefield gerade am höchsten Würde Call of Duty oder Activision jetzt Black Ops 6 geil machen, bin ich wieder auf der Seite von Call of Duty Weil Modern Warfare 3 war eine absolute Traurigkeit Also wirklich Es war Ich konnte es nicht ernst nehmen Also wirklich Wenn ich so was ernst nehmen müsste Oh, Alter Ich spiele diesmal Königreich Italien Oh mein Gott Ich spiele Italien Ich spiele Italien Ich spiele Italien Das ist geil Kann ich mich bitte jetzt sehen Hallo Ich möchte mich gerne sehen Danke Für meine Waffen sehen What the fuck Gibt es die Mautos Gibt es die Mautos Gibt es die Mautos Gibt es die Mautos What the fuck Der fetten Panzer Ich spiele die Mautos Ich spiele die Mautos Ich spiele die Mautos das stinkt da drin ein bisschen fucking panzer soll ich denn hier soll es ja gut dann gehen wir ihm zu fuß übrigens dass der story von österreich vom österreicher vor allem von australischen tüten wo scheiße schaffte schäten schaffte Sollte ihn eigentlich nicht ernst nehmen müssen, ne? Boah, Alter... Was ist denn Kack? Mann, ich will doch einfach mal bitte mal was Vernünftiges machen, wie im Hunter fahren oder so. Darf ich nicht. Spiel sagt nein. Oh ja, hm. Nehme mit! Nehme mit! Nehme mit! Nehme mit! Warum steht da ihm besser? Dein Panzer hast du die bessere Deckel. Ungeniedet. Und wieso? Kann man keine Panzer nehmen? Was? Team wechseln. Okay. Oh Gott. Habe ich auch noch das Team gewechselt? Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatz Ziel Albert platziert. Habe ich hab mal das Team gewechselt. Jetzt will ich mal Öster... Man kann also das Team wechseln. Wusste ich nicht mehr. Wo verrat er mein Team? Oh mein Gott. Sprengsatz an Einsatz Ziel Albert entschärft. Wollt ihr es entschärft haben oder wollt ihr jetzt einfach mal so sagen so... Die Kanone ist nicht kaputt, okay. Oh Gott, ich muss ihn drehen können. Lade nach! Lade nach! Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie... Lade nach! Lade nach! Strafschütze, bleib drüben! Lade nach! Lade nach! oh ich weiß, dass ich immer noch Oh, der 120, ne, ist das denn für eine Wache? Die ist ja neu. Das war echt noch nicht. Ah, doch, okay, vergesst es aber trotzdem, wenn ich doch will. In dem Verrohr kann man viel mehr anfangen als man denkt. Nicht fragen wir, ob ich die ganze Zeit Schwachschützer spiele, wenn ich selbst keine Ahnung habe. Koordinaten des Feindes wurden an unserer Artur gezogen. Ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott, den geben doch normales. Alles, was sie können, geben die noch ein letztes Mal. Ne, ein Fahrzeug oder was? Ich habe nicht mehr, was sie mir anschaut. Ich habe nicht mehr, was sie mir anschaut! Ich habe keinen Punkt, wie sie mir dann verraten. Nein, nicht mehr. Nein, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich aber doch schon neben der Arbeit gesagt. Junge, warum hast du dich gestört, Alter? Ich glaube, der hat viel zu viele Niederlagen eingestellt, hallo? Hä, was ist denn jetzt los? Hallo? Wir verarschen, jetzt muss ich wieder wechseln? Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ich werde die ganze Zeit zum Wechsel gezwungen. Was ist das? Ja, warum werde ich so oft geswitcht auf einmal, Manuel? Was ist denn da los? Alter, 5 zu 4. Naja, ich wurde 30 mal geswitcht, aber irgendwie egal. Gesamtpunkte minus 28. Oh mein Gott, heute lief es echt nicht gut. Boah, Alter, Italien! Eigentlich Schweiz müsste ich mehr sagen, aber... Naja. Ich hatte ja oben Italien gegen Ungarn, also Österreich. Nächste Runde, neues Glück, muss ich mal sagen. Statistik, ich war auch heute mal unten. Minus 23 Punkte. Oh mein Gott. Ich habe zwar keine Punkte gemacht, aber ich muss mich auch eng spielen. Man kann ja nicht gleich sagen, ich werde jetzt der mega krasseste Profi, den du jemals gesehen hast. Kannst du ja nicht sagen. Weil das wäre eine Lüge. Weil echt niemand könnte so stark, so krass sein. Das geht nicht. Das kann man nicht. Das funktioniert nicht, ne? Irgendwas kriegen wir hier. Oh, ein Stauengewehr. Okay, Inventar. EP-Bus, hinzufügen. Ich glaube, die 900 haben wir geiler. Spielen wir mal den hier. Das wird so. Schaden ist zwar enorm. Oh, ich glaube, das ist eine Schrottflinte. Das ist alles eine Schrottflinte. Was ist das denn für eine Waffe? Ja, er hat... Ich habe erst zwei Pistolen gerade noch. Flamine. Ähm... Panzerbüchse. Ähm... Brandgranate. Freischalten. Und Nahkampf. Nehmen wir immer noch den Tod hoch hier. Geht schon rein und das stellen mir jetzt schon Leute. Diesmal spielen wir Ungarn, Alter. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Oh mein Gott. Ja, moin. Gib mir doch eine Chance aufzustehen, du kleiner Spasten. Woher wusste er eigentlich, dass ich da bin? Ne, kann man jetzt schon cheaten? Alter. Wusste nicht, dass man cheaten kann. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Hä? Wie fällt er aus? Ich glaube ich werde psychokrank. Psychisch gestört. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel dater platziert. Ich werde zum Psycho gestörten Menschen hier. Ich habe nicht gewusst, wie schwach diese Waffe ist. Hätte ich sie auch nicht mitgenommen. Oh mein Gott, was ist hier los? Was? Zerstört doch mal diesen MK4. Boah, Alter. Ihr seid echt viel zu nix zu gebrauchen. Und das meine ich nicht mal gemein. Ich meine das einfach so. Natürlich muss ich mich jedes Mal um den MK5 zücken. Muss ich mich jedes Mal gegen den MK5 werden, ne? Pause. Auf geht's los, Olive. Auf geht's los. Wir haben beide Einsatzziele verloren. Der Feind wird von uns ausgeräumt und ausgeräumt. Endlich, tot. Ich hab den MK5 gekäst. D Schau mal, ist der dämlich? Ich wusste zwar, es gibt Verräter, aber ich höre mich jetzt an dem Rechen. Mehr ist es nicht. Der Feind hat einen Strengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Jetzt mal eine ganze ehrliche Frage. Welcher vollspaßten dachte sich, ja, diese wäre bestimmt geil, wenn die Leute nichts bewegen dürfen. Dem soll ich dagegen ankommen, wenn ich nicht mal was anderes habe. Das ist ja nicht das. Ich hoffe, es stimmt nicht. Ich glaube, es ist eine andere 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 andere. Und hier ist es eine andere 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 andere. Ich bin ein Fremdsinn. Ich bin ein Fremd, aber ich bin ein Fremdsinn. Ich bin ein Fremdsinn. Die Schreinsatz sind an Einsatzziel Albert entschärft. Oh mein Gott, der hat mich gerade so erschrocken und dieser scheiß NK5 bringt ihn doch eigentlich um. Ich kann langsam dieser Scheiße nicht mehr, ich trage das langsam nicht mehr mit euch. Das ist L. Ich fasse mir mal eine Brandgranate rein. Wie zu Fick treffe ich die nicht, warum habe ich die nicht gekillt, warum habe ich die nicht getroffen, warum, 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 warum? Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ich krieg so ne Aggression. Junge, man kann nicht mal irgendwas erreichen, wenn man die ganze T-Bag fährt von so einem nicht mal scheiß Hilfe kriegt. Wir haben beide Einsatzziele verloren. Der Feind wird von unserer Artillerie aufgehalten. Rückzug. Der Feind rückt vor. Bis auf. Dann. Wir wollen die Letzte. Oh brother. Ich obserste mich. Ich captions还是. Wir können mich mal eben pickbrems. Ichdepth nicht. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Oh, das war ja wieder klar. Oh. Oh, man. Warum schon? Ich will doch einfach einmal ein Flugzeug fliegen. Davidee. Es hasst mich. Ich merke diesen Hass von dem Spiel aus mir. Ich merke auch, wie krass diese Spieler sind. Das merke ich hier schon länger, glaube ich sogar. Ich kann mir ja gar nichts machen. Hier runter. Da kannst du ja auch nicht mal auf A aufpassen. Beschissen, wie dieser Schafelskosten ist. Aua. Arschloch. Mein eigenes Teammate zu killen. Ich krieg hier langsam Aggression. Warum? Ich verstehe es zwar. Trotzdem nervt es. Ich habe einen Geist. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziele Albert platziert. Jetzt muss ich auch noch ein Reimer. Muss ich noch so heil verlaufen. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Warum werde ich hier runtergespawnt? Es gibt ja noch mehr. Ich denke, sogar das Spiel mache ich nicht. Ich bin nicht in der ecke man das nervt so sehr darf ja nicht mal ein panzer fahren weil das spiel denkt ich habe keinen bock mehr und das habe ich auch nicht mehr langsam was zum fake war das denn jetzt so alter warum werde ich eigentlich immer noch unten gespawnt soll er misst sprengsatz an einsatz ziel albert ich habe so einen perfekten posten hier oben seh den aber lang fahren ich stehe hier oben so können wir es machen na du so so der feind hat einen sprengsatz an einsatz ziel bertha platziert kann der camera nicht mal verpissen stehe da angegossen hör mal auf wir haben einsatz ziel bertha stehe ich bin im kampf gefallen was ich wenigstens versucht habe naja wenigstens habe ich versucht na das heißt ja nicht dass ich es nicht versucht jetzt müssen wir ja alle rein koordinaten des feindes wurden an unsere artillerie übermittelt ach nee jetzt denke ich auch noch ich finde diese waffe hier extremst nice eigenes team troodet auf mich jetzt muss man aufpassen guck mal nach unten haltet mal aus schau da unten sogar letzte position wäre eine scheiß festung müsst ihr jetzt nur noch halten können was ist wenn ich da gespawnt werde ich bin tot spawn-camper ohne ende die sitzen da alle drei wie angenudelt und schlachten sich komischerweise gegenseitig ab trotzensieg und dabei haben sie sich alle gegenseitig abgeschlachtet abgenudelt na gut leute ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten battlefield folge tschau